Silvia Matisiak ist frisch als Sozialarbeiterin beim Pflegedienst Medidoc gestartet und besucht heute Ingrid Krämer. Bei ihrem Besuch geht es um ein Thema, mit dem sich die meisten ungern beschäftigen. Denn es geht um Leben und Tod. Was passiert, wenn wir nicht mehr selbst entscheiden können? Ingrid Krämer hat sich vor über zehn Jahren für eine Patientenverfügung entschieden. Sie ist überzeugt. Die Entscheidung war für sie absolut richtig. Das Schlimme ist ja nicht der Tod, das Schlimme ist das Sterben. Ich bin da schon ein bisschen länger auf dieser Welt und bin auch schon ein paar Mal auf der Kante gewesen, wo es wirklich haarig war. Also wirklich auf dem schmalen Grad. Mehrmals, drei, vier Mal in diesem ganzen Leben. Und daraus habe ich dann geschlossen. Es gibt ja seit einigen Jahren die Möglichkeit, ganz präzise Patientenverfügung formulieren zu lassen. Und ganz einfach, es geht um mein Leben, um meinen Willen, was ich will und was ich ablehne. In bestimmten Fällen, wenn ich selber nicht mehr kann. Weil ich möchte nicht irgendwann jemanden im Gewissenskonflikt haben, wenn der Arzt kommt und sagt, so, jetzt ist es soweit. Durch Gespräche mit Patienten wie Frau Krämer beginnt Silvia, intensiver über Patientenverfügungen nachzudenken. Vor ihrem Job im Pflegedienst hatte sie kaum Berührungspunkte damit. Warum auch? Das Thema schien für sie weit weg. Doch jetzt möchte sie sich umfassend informieren. Gerade um zukünftig ihre Patienten besser beraten zu können, will sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also der zweite Grund, es geht einfach um mich. Also nicht nur die berufliche Seite, auch die persönliche Seite. Weil, ja, so ein schwerer Unfall zum Beispiel kann jeden von uns betreffen. Und auf jeden Fall, ja, also egal, das Alter ist ja auch nicht, spielt keine Rolle. Und auch egal, in welchem gesundheitlichen Zustand wir aktuell sind. Jeder sollte sich wirklich, wenn er 18 geworden ist, sollte sich darüber Gedanken machen. Ich bin schon ein bisschen älter als 18 und auf jeden Fall, ja, ich möchte auch eine Patientenverfügung für mich fertigen. Silvia ist nicht allein mit ihren Überlegungen. Bei einer Veranstaltung in Rheinhausen zur Vorsorge für den Ernstfall wurde über Patientenverfügungen umfassend informiert. Dort hatten Interessierte wie Silvia die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Eine Patientenverfügung kommt zum Einsatz, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, selbst über medizinische Eingriffe zu entscheiden. In dem Dokument wird festgelegt, welche Maßnahmen in bestimmten Situationen durchgeführt oder unterlassen werden sollen. Es ist natürlich sehr emotional. Das ist kein einfaches Thema. Und, ja, das war nicht so einfach. Das muss ich sagen. Wenn man persönlich dann wirklich also nicht die Patienten beraten möchte, sondern quasi mit sich selber im Gespräch ist und sich fragt, was wünsche ich mir. Lebenserhaltende Maßnahmen. Möchte ich wirklich für alle Fälle auch ein Pflegefall werden? Das möchte ich vielleicht doch nicht. Und, ja, einfach sich selber fragen. Und, ja, das war nicht einfach. Wann ist der Zeitpunkt für mich gekommen, lebenserhaltende Maßnahmen abzulehnen? Für viele ist es nicht leicht, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Dabei kann es jeden in jedem Alter treffen. Silvia weiß jetzt, wie sie das Thema nicht nur bei Patienten, sondern auch für sich selbst angehen kann. Genauso wie Ingrid Kremer hat sie sich persönlich dazu entschlossen, eine Patientenverfügung zu erstellen. Aber ob mit Patientenverfügung oder ohne. Entscheidungen zwischen Leben und Tod können uns manchmal schneller treffen, als uns lieb ist.